Bernhard Wirth ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Amateurfußballer des oberfränkischen VfB Helmbrechts kam am 21. Mai 1956 zu einem Einsatz in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Amateure beim Länderspiel in München gegen Schottland. Laufbahn Wirth spielte in den 50er und 60er Jahren für den VfB Helmbrechts. In der Saison 1954-55 gewann er mit seinem Verein in der 1. Amateurliga Nordbayern die Meisterschaft. Da sich die Rotosen aus der kleinen Stadt im damaligen Landkreis Münchberg auch in der Aufstiegsrunde durchsetzten, gelang der Einzug in die 2. Liga Süd. Wirth feierte 1955 noch zusätzlich mit der Auswahl des Bayerischen Fußballverbandes den Sieg mit 5 zu 2 Toren im Länderpokal gegen die Vertretung von Westfalen. Er spielte rechter Außenläufer im damaligen WM-System an der Seite von Mittelläufer Rudolf Messmann und dem linken Außenläufer Fritz Semmelmann. Durch gute Leistungen in der Debütsaison in der 2. Liga Süd 1955 56. der VfB konnte mit dem 16. Rangknapp den Klassenerhalt erreichen, kam er am Rundenende auch zu einer Berufung in die deutsche Fußballnationalmannschaft der Amateure. Beim 4 zu 1 Erfolg der DFB-Amateurauswahl bildete er zusammen mit Ludwig Landerer wiederum mit dem Bayreuther Semmelmann die Läufereihe der von Spielführer Herbert Schäfer angeführten 11. Mit dem VfB Helmbrecht spielte Wirth bis zur Auflösung der 2. Liga nach der Saison 1962 63 still durch Neueinführung der Fußball-Bundesliga und der Fußball-Regionalliga Süd zur Saison 1963 64 still. Im Unterbau der damals erstklassigen Fußball-Oberliga Süd. Die beste Platzierung mit Helmbrechts in der 2. Liga Süd erlebte der torgefährliche und technisch versierte Spielmacher in der Saison 1959 60 still mit dem Erreichen des 4. Ranges. Der VfB hatte nach 17 Spieltagen mit 25 zu 9 Punkten die Tabelle angeführt. In der Elf von Trainer Bruno Büchner waren mit Torhüter Fritz Billing und Mittelläufer Josef Bauer Schmidt auch noch weitere Leistungsträger vorhanden. Gewesen am 34. und letzten Spieltag gewann Helmbrechts das Heimspiel gegen den Meister- und Oberligaaufsteiger SV Waldhof Mannheim mit Wolfgang Höfig, Rolf Lederer, Klaus Sinn, Herbert Lehn im heimischen Sportplatz Frankenwald mit 3 zu 1 Toren. Auf Halbrechts erzielte Bernhard Wirt einen Treffer dazu. Die SPVGG Bayreuth mit Fritz Semmelmann und Johann Zeidler und der BC Augsburg mit Helmut Haller und Ulrich Biesinger belegten hinter Helmbrechts den 5. bzw. den 6. Rang. Bernhard Wirt spielte 1975 DK Sekunden letzte Mal international beim 1 zu 1 der DFB Alt-Internationalen gegen Österreich. Untertitelung des ZDF des ZDF des ZDF ist heute vorhin erinnert, dass man ein秋iver undreas er様ерт improves Lucy an. Wirt dem Rakuten mit Fritz biological ESG mit spinnen. Vielen Dank.